Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Schauen wir doch erstmal, was genau in diesem Jahr an die Türen geschrieben werden würde. 20 mit Stern, dazu ein C plus M plus B und noch eine 24. Die 20 am Anfang und die 24 am Ende stehen für das aktuelle Jahr, also 2024. Dazwischen CMB steht für den lateinischen Spruch Christus Mansionem Benedikat. Auf Deutsch Christus segne dieses Haus. Diese Formel soll das Haus und seine Bewohner vor Unglück schützen. Hartnäckig hält sich die Annahme CMB, Stünde für die Anfangsbuchstaben der drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar. Das ist aber eher Zufall, hilft aber sich die drei Namen zu merken. Dazwischen, das sind keine Pluszeichen, sondern drei Kreuze für die Dreifaltigkeit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wenn wir schon mal beim Aufklären sind, die drei heiligen Könige waren ja die ersten Besucher beim Jesuskind und brachten Geschenke mit Weihrauch, Myrrhe und Gold. Übrigens der Dreikönigstag ist in Deutschland nur in Baden-Württemberg, Bayern und in Sachsen-Anhalt Feiertag.